Begebe Dich in die Stellung des Kindes, Balasana. Lege Deinen Oberkörper auf Deine Oberschenkel, Hände seitlich zu Deinen Füßen und atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Ich führe Dich nun in verschiedenen Stufen durch den Kopfstand. Bei der folgenden Übung ist es wichtig, dass Du Deinen Kopf in der Stellung nicht mehr bewegst und nur meinen verbalen Anweisungen folgst, um Deinen Nacken zu schützen. Auch bleibe bitte immer nur so lange in der jeweiligen Position, wie es Dir angenehm ist. Übe erst jeden Abschnitt mehrfach hintereinander, bis Du Dich ganz sicher und stabil fühlst, um in die nächste Stufe weiterzugehen. Wenn Du spürst, dass Dein Hauptgewicht statt von den Unterarmen mehr von Deinem Kopf getragen wird, komme bitte aus der Stellung und stärke erst Deine Armkraft, bevor Du weiter den Kopfstand praktizierst, um Deinem Nackenmuskulatur zu schonen. Hebe mit der nächsten Einatmung Deinen Kopf, nehme die Arme nach vorne und lege die Hände um Deine Ellbogen. Dies ist ein persönlicher Abstand, mit dem Du später Dein Gleichgewicht besser halten kannst. Achte darauf, dass Deine Ellbogen diesen Abstand beibehalten. Löse nun Deine Hände und bringe sie nach vorne. Ellbogen bleiben an ihrem Platz. Falte die Hände locker ineinander. Setze den Scheitelpunkt Deines Kopfes so auf die Matte, dass Deine Handinnenflächen den Hinterkopf berühren und sanft unterstützen können. Presse die Arme in den Boden und drücke Deine Schultern weg von den Ohren. Stelle die Zehen auf, strecke Dein Steißbein zum Himmel und laufe ganz langsam auf Dein Gesicht zu. Wenn Du spürst, dass Du zu kippen beginnst, ziehst Du Deine Beine langsam und angewinkelt nach oben. Lasse Deine Beine zu Beginn noch angewinkelt, bis Du mehr Stabilität und Armkraft aufgebaut hast. Kopf, Rücken und Teile sind senkrecht zum Boden. Drücke immer wieder Deine Schultern weg von den Ohren, damit Dein Nacken nicht zu stark belastet wird. Wenn Du Dich sicher fühlst, drehe nun mit der Ausatmung Deine Hüfte sanft nach rechts. Einatmen zurück zur Mitte. Ausatmen sanft nach links. Einatmen zur Mitte. Und noch einmal. Führe die Bewegung ganz langsam und bewusst durch und achte immer wieder darauf, dass das Hauptgewicht von Deinen Unterarmen getragen wird. Bleibe nun in der Mitte und atme tief. Wenn Du Dich sicher und stabil fühlst, kannst Du nun Deine Beine ganz langsam und bewusst nach oben strecken. Deine Zehen strecken sich zum Himmel. Dein Körper bildet eine Gerade. Dein Bauchnabel zieht leicht nach innen. Spanne die Po- und Beckenbodenmuskulatur an, um Deinen unteren Rücken zu schützen. Drücke die Schultern weg von den Ohren. Atme ruhig und tief und genieße die Stellung. Der Kopfstand Chirsa Asana wird auch als König der Asanas bezeichnet. Wenn Du Chirsa Asana einmal richtig beherrschst und die zahlreichen Wirkungen dieser einzelnen Asana erfahren hast, möchtest Du sie in Deiner Yoga-Praxis sicher nicht mehr missen. Der Kopfstand wird verjüngend und aktivierend. Alle Organe werden besser durchblutet. Besonders die Halsschlagader, das Gehirn und die Wirbelsäule werden mit mehr Blut versorgt. Komme nun genauso langsam und anmutig aus der Stellung, wie Du in sie hineingegangen bist. Und entspanne in der Stellung des Kindes. Balasana Es ist wichtig, dass Du nach einer längeren Umkehrhaltung erst das Blut wieder zurückfließen lässt, bevor Du Dich aufrichtest, um Kreislaufprobleme zu vermeiden. Spüre Deine Atmung und Deinen Herzschlag auf Deinen Oberschenkeln. Lasse den Atem langsam zur Ruhe kommen und genieße die Weite im Becken. Und wir gleich haben Jesus, dass Du Dich auf der Erde steigst, um Test threnkreis. Und wir sehen uns im Sommer unseren Fest auf dem Preis nach dem Anschlussером. Und wir sehen uns im Becken. Torthrowile